Hallo zusammen! Ein Dreher in Strickenabschnitt 2, achte auf die gelben Flaggen! Die Flöten sind in der Flöten. Schuhmutter Hat sich an die Spitze vorgearbeitet Darauf Ist jetzt 16. Direkt vor dir Du bist jetzt 17. Die Spitze Das ist die letzte Runde, nicht anhalten! Die Spitze Ist ausgeschieden drüben im Streckenabnetz 2 Michael Schuhmutter Hat das Rennen gewonnen Alonso Beendet das Rennen auf dem zweiten Platz Gut gemacht, du bist siebter So, das Rennen ist vorbei Der Wollt Die Spitze Die Spitze Untertitelung des ZDF, 2020